Ja, ich finde es sehr angenehm und sehr erfrischend, dass Künstler uns teilhaben lassen wollen an ihrer Bildsprache und uns die Möglichkeit geben, dort einzutauchen. Und mir ist es sehr angenehm, dass man nicht an allem festhalten muss und alles für die Ewigkeit bewahren muss. Es gibt ja Fotografie, es gibt ja Filme, es gibt ja verschiedene Dokumentationsmedien und das reicht dann auch. Es ist viel schöner dann irgendwann zu wissen, es war einmal da und irgendwie unter der 10. oder 15. Farbschicht weiß, schläft es und schlummert es dann immer noch.